Musik Meine Motivation Politik zu machen ist auch irgendwie der Gesellschaft auf die Art und Weise etwas zurückzugeben. Ich habe viele Talente geerbt von meinen Eltern, ich habe viele Möglichkeiten von der Gesellschaft gehabt. Ich war glücklicher Mensch, die Zeit der Wende erlebt zu haben und habe dann mit Anfang 40 beschlossen, davon etwas zurückzugeben. Erst ehrenamtlich, dann hauptamtlich politisch und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns einmischen, aus Lebenserfahrung Politik zu machen. Musik 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 Wir sind die Einzigen, die die Eigenverantwortung betonen. Nicht nur umverteilen, sondern verdienen vor Verteilungsstellen. Und das braucht auch Thüringen. Wir brauchen einen digitalen Neuanfang. Wir brauchen ein neues Denken. 30 Jahre nach der Wende und dafür steht niemand anders so klar und deutlich wie die Liberalen.